Hallo Leute, neues Paket ist draußen von PS Plus für Fortnite und zwar kriegt man eine Spitzhacke, die sieht im Style von Playstation aus, also blau-weiß. Eine Lackierung gibt es, einen schönen schimmernden, so wie man es beim Schleimen kennt, in blau sieht es sehr schön aus. Dann kriegen wir noch so ein fliegendes Emoji, dieses, was man so nach oben geht, so dieses, so ein Morgenstern, nennt man es vielleicht, und es gibt einen Banner dazu, der aus, ich weiß nicht, wie diese Kristalle, diese, wenn man auf die Petroial-Karte, da findet man noch immer diese Glitch, E-Tems, da gibt es auch eines, wo man mit zu fliegen kann, so nach oben, davon in diesem Design ähnlich, äh, ist der Banner, auch wie dann, man kann sich auch so blau, also auch ich, irgendwie kann man sich das auswuchen, ich würde ja blau-weiß bevorzugen, ansonsten, Top-Paket, würde ich sagen, kommt bestimmt noch mehr davon.